Neu aus Disney's Die Eiskönigin 2. Elsa zieht es ins Geheimnisvolle. Eine Stimme ruft mich. Ich bin dabei! Dabei entdeckt Elsa die Geheimnisse ihrer Vergangenheit. Einen Tag spür ich die Kraft. Die geheimnisvolle Elsa-Puppe. Ebenfalls neu aus Die Eiskönigin 2. Elsas verzauberter Kristallschminktisch. Er zeigt Elsas Geschichte mit Musik. Elsas verzauberter Kristallschminktisch von Jax Pacific. Und die geheimnisvolle Elsa-Puppe. Sie spricht und singt. Untertitelung des ZDF, 2020